Norddeutscher Rundfunk 2021 Zum ersten Mal hat es mich riesig gefreut, dass ich zum ersten Mal in meiner Karriere in der Bundesliga die Mannschaft aufs Feld führen durfte. Gerade hier bei so einem großen und traditionsreichen Verein. Schlagzeug wird bei der Reaktion ausgeliefert und geöffnet. Untertitelung des ZDF, 2020 Dankeschön an Keenan Bennett und an Matze Ginter für das, was ihr für Borussia geleistet habt. Danke, Kiene. Danke, Matze.